hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich mal wieder das spiel stage of survivors jetzt kommt immer alles so viel ich glaube ich habe alle spiele auf den rechner drauf deswegen macht er jetzt einmal das spiel einmal das spiel naja also irgendwie keine neuen spiele stage of survivors habe ich gestern noch einmal gespielt gehabt ganz kurz ich glaube eine halbe stunde weil das für ein ticket war problem ist für zehn minuten weiß ich gar nicht was ich da jetzt so lange machen kann aber kann ich schon mal sound da machen kann ich auch ganz bildschirm machen ja wohl perfekt das muss alles abholen was ich gemacht habe noch gestern schau mal was verbauen können er schlägt den ofen vor ok wird gemacht sieben tage zahlen 100 ein aber der geht noch nicht gut und der auch nicht ach ich kann nur ein machen von dem was haben wir noch hier da einmal gelde geben eine suche nach einer kiste jippie jetzt noch hier dann schauen wir mal was wir hier noch machen infanterie bauen fahrer bauen fahrer bauen und die jäger bauen oder ausbilden bauen hört sich doof an ausbilden hört sich besser an eine forschung machen ein bauarbeiter schläft schon wieder fahrer bauen 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 Und dann machen wir noch So, jetzt gehen wir auf Missionen Missionen 400 Reiter trainieren Fehlen nur noch 6 Stück 1 Punkt fehlt 119 habe ich Kapitel Ich kann nicht helfen Weil keiner meine Hilfe braucht So ein Mist Wo konnte ich denn nochmal das machen Mit dem Kampf War es nicht bei Missionen gewesen Nein Bei Helden Nein Bei Kapitel Auch nicht Wildnis war es auch nicht Das war die Wildnis Karte Oh Südkorea ist da Russland Amerika Hier ist frei Ich bin an der Grenze nach Südkorea Talente Nichts Nachrichten Nichts Rucksack Achso Ja stimmt Das feindes Gebäude Hier Ich bin an der Grenze Ich bin an der Grenze Wie kam ich denn da hin Vergessen Ich habe alles vergessen Obwohl ich gestern erst gespielt habe Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Keine kranken Leute in meinem Laden. Ach, Erkündung, da war das. Genau. So, total vergessen gehabt, das war das Heldengebäude, da kann man die Kämpfe machen, läuft bei mir jetzt alles automatisch, ich glaube ab dem dritten Kapitel oder so kannst du automatisch einschalten, ja und je nach war ich dann auch schon Ende im Gelände. Aber meine Leute kriegen immer ein bisschen mehr Probleme, die sind einfach so schwach, meine Leute. Bei der letzten Mission werden sie schon fast gestorben. Aber bei der Mission ging es super durch, komisch, komisch, mal so, mal so. Na gut, das war's dann für heute, ich will nochmal schnell hier meine Sachen ab. Punkt abholen. Das war's für heute, ich schließe jetzt das Spiel. Und hol mir mein Ticket ab und dann, hier hab ich grad schon mein 2-Stunden-Ticket abgeholt, gespielt, deswegen, sieht das dann so aus, wenn du das 2-Stunden-Ticket abgeholt hast. So, da hol ich mein Ticket ab und danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.